aber ich habe schon augen auf das nächste spiel einer dienstags das nächste bundesliga spiel tschuldigung ich habe gegen leeds gewonnen by the way 1 zu 0 jetzt kommen sie in fahrrad pass aufsteiger sind da nicht jetzt kommen sie das jetzt würde sich bayern fühlen weil sie bochum geschlagen haben stimmt und max max nein max max nein nicht schon wieder ich kann nicht wieder zu ihm hingehen und sagen du hast den namen gehört wann machen wir eigentlich die verabschiedung von monogramm ja stimmt der monogramm hat sich ja schon verabschiedet ja es ist ein gerücht das umher schwebt das eine verletzung das grä rennen heißen kann bitte keine options und wenn die halbzeit ist guck bitte nicht auf die namen oder so geht einfach direkt weiter ich dürfte nicht mal ein bisschen von diesem namen sehen und er geht habt ihr gesehen warum wenn sie bei ihnen vom platz geflogen ist der typ ist so doof sie hat geld kassiert einmal weil er sich beim schiri beschwert hat und da hat er noch mal geld kassiert weil er den ball weggeschossen hat der gleiche minute innerhalb von 15 sekunden jetzt innerhalb von 50 sekunden zwei gelbe geholt und er hat kein faul begangen und der junge kommt zu dort wo der krieg erst so viele punkte trotz der gelb roten immer der hat so viele punkte trotzdem glaube ich dachte ich habe jetzt 95 punkte glaube ich gemacht alter schwede und ich dachte ich bin glücklich den ich gekauft haben meine letzten spielt eigentlich folgen meiner wie dieser später und 50 dann sind wir haben 14 aber dann 950 und 950 wachs gute neuigkeiten bei klassenerhalt joshida bleibt schalke erhalten verpiss dich aus dem sturm also darf ich ach so dann darf ich mit stürmer auf der sechs ja okay ja dann kriegst du mit jumbo doppel und reife mütterficker acht gescheuze in den allen ein nasser trikots jetzt go jungs von minute 1 wach sein gleich mal jemanden wegfotzen damit die wissen die wo wo sie gerade schließt zeichern ich denke was ist das ich öffne es ist eine seine seele wurde gerade vom körper extrahiert einer was ist denn bei dir los du bist mit dem mann und die das und die schnauze sind die schnauze sind die schnauze sind heimdispiele jungs auf geht's ihre kürze sind wuch und so wuch und so finde ich normal most average german in der seite a d a s d f k j j j unge der sei auf der tastatur eingeschlafen ja tg1 gute grätsche wir haben den namen nicht gesehen aber die schupps ich habe an als ex hier gerade fragen mal den ralle wie heißt der typ noch mal mit seinen komischen hahn a s d f k j irgendwas diabetes das heißt wenn mein typ den ball berührt guckt nicht oben wie der heißt das geht ja mal drüber ok ok wir wollen zweiter kommt es machen jungs können wir das ja also ich zumindest ich mache den sprint ja nein jetzt warten eine sekunde warten müssen dann hätte ich den typen angewählt gehabt ja dreifach belastung dieter bohlen das ist alles ok maul ist dieter bohlen nicht so jung die der boden im jahr 24 weil ich hier am 31 dezember genau im jahr 24 2004 ja ach so ich dachte doch irgendwas im jahr ich hatte das komisches gemacht und ist im jahr 24 geworden wollte fragen vor oder nach ja kann man ja die außenspieler setzen direkt zeichen arbeit macht weil die brauchen wir nicht die nazi auf außen oder drei worten muss in der mauer jetzt sprung passt raus raus jungs linie oh gott ja von hinten rein kommt der spiel sprennt sprennt oh gott ist noch passiert macht den ich mache den laufweg mit nach hinten schöne grätsche schöne aktion einer geht drauf einer deckte mit der wahl war es fast schon ja die da also ganz echt hättest du dabei was sich kosten müssen also schiedsrichter das ist schon für lächerliche den hat gemo oder nicht gemo geht das ist wollen ich bin im rückraum ein schwächer anfall steckt die saue ich mache eigentlich nicht priorisiert weil kam vielleicht bei einem bodenlose leistung das angezeigt hat den gesicht ist eine bodenlose leistung das ist wusste man dabei dafür spielt drei worte plots der drei scorer gemacht und eine rote karte geholt auch nicht aber doch der ist aus der hässlichkeit ja ist doch ein wort zum platz was erwartet wie kommt er doch holen wird übrigens abseits wo hat die geist marschiert 50 kmh schnell sagt ja klar ich dachte mit nimm ihn hast du passel schieß einfach gesagt ich bin in die frau in die frau in die frau ja in die ich bin in der braunen du musst immer einen würde selbst werden Polizof ich bin ich war zwei die 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 verliehen das liegt es denn es einfach eine schuld na ja 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 das kann ich erklären so deine schuld also jungs da war diese seifenblase und mir ist egal was du in deinem sm shop machst ich will dass du die toren schieße nicht verhinderst eigentlich ein sm shop die erste spiel doch den hottenplatz an warum machst du das spiel die dumme dortmunder in der ersten hälfte der saison was ist das denn die wir nehmen der wird so auch direkt nötig hat die 1 prävisierung weg ich kann nur nehmen es gibt nur zwei linksverteidiger im spiel ich schwöre dir jeden typen den du irgendwie rechtsradikal in diesem team gemacht hast das sind alle scheiße die sind alle kacke außer arbeit macht frei aber frei arbeitet fürs team der schon lange dabei der ist schon so lange dabei ja er hätte schicken können vorher na aber jungs jungs ich brauche mehr anspielstation von dir ich lauf doch schon was ist denn siehst du deswegen ist arbeit noch frei scheiße ich meine mit ey vor 10 boah schick dir nah zum platz ja ey ich bin dabei noch mal fehler wieder gut hab ich jawoll da ist es schick dir marino jetzt ist wie gewinnt jetzt ist es jetzt kein tor geschossen zwei tendernis zugesten an einfach nicht als vor jawoll du musst deine vorfreund du musst gut die anderen jumbo Decken, Decken, Decken. Den hält Jumbo, Jumbo geht drauf. Jumbo hat absolut gebumst gerade. Er hat es versucht. Pop-Titan. Schön Tiger 1. Was ist das denn? Die ganze Stunde Schuchtel. Das kann gar nicht sein, Schuchtel war damals illegal. Er ist trotzdem eine Schuchtel. Ach so. Vorzehnen. Bitte wenigstens zur Pause mit ihm. Wenn du in die Flieben gehen. Boah. Nach vorne mit. A chance then for the respective managers to address their charges. It is half die. Der Jumbo, du bereitest mir so Kopfschmerzen. Warum? Ich hab doch ein Tor gemockt. Es hätte mir zwei einstehen können. Das Tor hat einfach auch. Auch? Einfach ein C gebrochen. Alter, Höhe. Und damit fährt der? Ja. Der ist so ein dummervoll Idiot. Macher. Ja. Fährt trotzdem krasser als Petras. Ach wer? Das ist so eine dicke Müge. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, der fährt trotzdem krasser als Petras. Ohohoi. Als jeder Portugiese in die Südde. Stopp, jeder. Ja, ist es auch. Troll größere Legende als Ronaldo. So, hä? Wer ist Ronaldo? Kamel, Kamel-Liga, Digga. Ja, klar ist voll. Troll spielt nicht in der Kamel-Liga, oder? Max? Ja, trau. Oh nein. Ja, bitte, dein verkrüppelter Pro. Boi. Der hatte Zunde auf dem Zepter, es war nicht mal so schlecht. Ich hätte ein bisschen nach links machen sollen. Ich hab nicht damit gerechnet, dass der so krass läuft. Deck den da. Deck den da oben, Monogram. Monogram. Es gibt nicht mehr Monogram. Du bleibst für immer Monogram. Du bleibst immer Mono. Boah. Ja, fair. Die Ball gegrenscht. Ja, klar. Ja, ich hielt sich da. Weil's ein Mann ist. Interessant. Interessant. Ich weise. Ich weise. Jetzt, 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 mich für die Gelbe. Du hast schon Geld. Ja, der, mich für die Gelbe. Das ist egal. Fuhren. Deck die Frau da. Wir müssen gewinnen. Und bist du genauso schön wie Harry, dass wir hier von Ihnen sind. Gefortzt wird erst, wenn wir führen. Also, richtig gefortzt. Ja, wir hätten Sie trotzdem können, aber du wolltest ja nicht. Ja, so will ich. Boah, da kommt an. Dieter. Das ist denn. Was machst du? Das Spiel beruhigen, Alter. Aber drück Flanke. Anstatt fast. Das war ein langer Steinpasser zu sehen. Ach, hinten. Ja, ich wollte nach vorne spielen, habe mir gedacht, der kommt niemals an. Dann habe ich nach hinten gedrückt. Monogramm, die Spielwege zu laufen. Weißt du nicht, wie Fußball funktioniert? Lisa Röhle ist im Stadion, Jungs. Was für Lisa Röhle? Bist du gehört? Hast du nicht den Stadionsprecher gehört? Digga, dann wurde ich schwöre, ist dir. Ey, ich habe damit den Ball geholt. Die Ge1 hat über mich gefallen. Jawohl. Äh, netter, jetzt geht's. Warum läufst du in die Mitte? Was ist denn falsch in deinem Gehirn? Weil die Seite für dich frei war. Ich dachte, du läufst mit dem die Seite durch. Digga, bist du behindert? Nein. Er läuft in die Mitte, während da mein Typ steht und denkt, ich kann mit fucking Widman durchlaufen. Ja, weil die Seite komplett frei war. So, dass die Leute einfach schneller sind. Und die Spieler warten auf die Bar-Post. Well, no way through. And he read it superbly. Unser Ball, jawoll. Lange Flotte. Kippt Jumbo den nicht. Passt, sehr schön. Das ist die Führung, Jungs. Digga, Jumbo versucht sich auch überall zuzugehören, obwohl er so ein Opfer ist. Oh nein. Was war das für ein Trikorname, Max? Heißt ich nicht. Da war so einige Diskussionen im Elternhaus bei uns. Über Namensänderungen und... Ja. Der Vorname ist aber noch besser. Warum habe ich da irgendwas mit Ficker gelesen? Warum wird das nicht gewandt? Ach so, weil der ganze Name einfach geil ist. Okay. Tiki-Taka. Spiel dein Prohn. Was ist das, was ist das? Die spiel ich nicht mit Wittmann. Boah, jetzt geht's los. Letztal holt ihr die gelbe. Willst ihr den durch ein Tor seht. Außer ich muss in der Nürnze ziehen. Boah, Alter. Das Tor der massigen Menschen. Jetzt, mach es. Ja. Komm. Nein. Nein. Oh, da muss wohl ein Blattrot abgeholt werden. Ja. Boah, hey. Boah, hey. Schweifechiri. Der ist immer nur Schraub. Ach so, nur Gelb. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Aufwunser nur Lothan sie ist. Pff. War aber auch keine klare Torschau. Das muss man ja nicht sein, ne? Ja, ja. Außerdem ist auch schwarze. Wenn, wenn sie irgendwie gelb gibt oder so, ist das Rassismus. Darauf stützen wir uns einfach. Wo läufst du so hin? Was machst du da? Jetzt gleich rausaufen und dann läuf ich zurück. Und dann stehen die alle abseits. Super. Richtige Profi. Was haben wir denn die... Starr. Boah, Eier. Ja, einer für die Fans. Boah. Schön gespielt, Jungs. Bisschen zu klein, dein Bro. Warum versuchst du auf meine Kleinen immer hochzuspielen? Was heißt denn hier immer? Das war meine erste Flanke. Was hätte ich denn machen sollen, deiner Meinung nach? Du hast beide... Ja, versuch einfach flach zu machen. Versuch einfach flach zu machen. Langer Ball. Das ist mit der Leute vor mir. Check him! Ja! Mit dem Cover. Mach's alleine. Oh! Ja! Okay, was ist der Name? Oh nein, wie sieht der aus? Skyficker! Was ist das denn für ein Mensch? Alter, es ist halt Augen los. Warum sind die so klein? Und jetzt geht's der ganze Name. Nein, das ist Skyficker. Ich wollte es geil vorzumachen, aber das ging nicht. Aber Ficka geht. Ficka ist auch sanfter, muss man zu sagen. Ja, Fotze geht nicht, Ficka schau. Was? Ja, schön. Hatte ich nicht aber mal Fotze 7? Warum geht's Fotze gefiltert? Wahrscheinlich haben sie das gemerkt, dass Fotze ein böses Wort ist. Niemand hat sich beschwert. Ja, ja. Oh, boah, in der vierten Sky zum zweiten Skyficker. Boah, 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 da kann sich gar nicht mehr bremsen. Alter, Jumbo erwürgt die Menschen. Was war Jumbo denn mit dir? Der drückt auf dich. Warum Bullen? Du hattest einen Schlaganfall oder so. Versuchst zu reanimieren. Vergehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe eine Idee für einen Spielernamen. Okay, okay. Ich habe eine Idee für einen neuen Pro. Alter, der Typ ist aber mal ganz schön geflogen. Und der hat die Puren. Was hast du denn für einen? Der spielt so wie sie nicht auf den. Na und? Wenn doch 10 Euro. Okay, ich spiele. Geh weg. Der Keeper ist da. Ja, da kriege ich Fuß. Morte, lange Flotte, ja. Lange Mann, weitergeleitet. Drei mal Quatsch, Skyficker, los. Ja, gut, schade drum. Du hättest es nicht Jinxen sollen. Ja. Skyficker. Es ist so bodenlos, dass das da steht. Boah, das sind Deutsche, die verstehen da jedes Wort. Boah, Alter, vorbeigerutscht. Das ist witzige daran eigentlich. Ja. Hotzeflots. Vielleicht einfach nur U. Ne, Lee. Lee ist sauer. Ach, so ein Zoll ist wieder, dafür stehen wir. So geht mal ein Derby halt an. Ja, und keine rote Karte. Noch. Das ändert sich. Jawohl. Oh nein. Jawohl. Hey. Boah, einer voll aufs Maul. Boah, warte ein Ball. Jetzt hat er trotzdem Platz. Ja. Wäre einer von der Spiele, ich glaube, er ist sogar auf euch gegangen und ich zum Trauer. Schade. Boah. Ne. Egal, den Einwurf rausgold. Ich will die Gelbrot. Die wollen wir alle. Jawohl, jetzt hat einer. Einer muss doch fliegen von uns. Jawohl. Nein. Meieiei. Die Mütterficker 4 zu 1 weggeklatscht. Wir haben den Mütterficker nicht mehr mitgeklatscht.